Penny sagt Danke an jeden einzelnen unserer Kolleginnen und Kollegen bei Penny und im gesamten Lebensmittelhandel, die in dieser Ausnahmesituation täglich alles geben, um die Nachbarschaft verlässlich zu versorgen. Ihr seid die Helden der Nachbarschaft. Und liebe Nachbarn da draußen, seid auch ihr füreinander da. Unterstützt euch und vor allem bleibt gesund. Euer Penny Team